Sehr gut. Ja. KI, also für Rennen, aber nicht für Stamm. Du, das war durchgeheizt! Was willst du denn jetzt genau machen? Ich hab keine Ahnung. Oh nein, oh nein, ich würde von meinem Ding gehauen. Ich bin ja einfach doof hinterhergefahren. Wie ich noch ein Interview gemacht habe. Ah, hi Kai! Hallo! Ah, hi. Fahr dir dann mal hinterher. Okay. Wichsbiernes. Bin hinter dir her, auch an die Wand gefahren. Und dann bin ich durch dein ekelhaftes Müll gefahren. Ach so! Das finde ich ja gut. Jetzt bin ich nur noch fünf da. Okay. Ich hab schon mit meinem Motorrad geschossen. Ich bin noch zweiter. Was ist denn Wichs? Oh nein, jetzt hab ich die Franz eigentlich nicht gefunden. Ich hab auch nichts zu verteidigen. Ja. Ich hab auch nichts zu verteidigen. Ich hab auch nichts zu verteidigen. Ich bin noch gefahren. Ich hab noch eine kleine Wand. Jetzt bin ich das ganz genau. Ich hab mich nicht gefahren. Das ist ganz schön. Das war gefahren. Ich hab noch nicht. Ich hab's doch mit dem Ding. Aber ich kann mal nie zufrieden. kann. Ich glaube nicht. Nein, da war ne Ölspur. Da war ne Ölspur. Gute Sache. Wir jetzt auch. Ja, sieh. Ich bin zu oft von meinem Motorrad geholt worden.